Wir können dann einräumen. Zur Flaggenparade ohne Wind. So kann man sich zum Beispiel, das zeige ich euch nachher, wenn wir hochgehen, einticken. Dann ist man relativ kurz, weil das Wichtigste ist eigentlich, dass man gar nicht erst über Bord gehen kann. Je kürzer die Teile, umso besser ist es. Das ist ein relativ großes Boot, da hat man Schwierigkeiten überhaupt über Bord zu gehen. Genau, da hängt ihr euch so ein. Ich empfehle dann immer, das in die Mitte zu nehmen und sich dann hier einzuhängen. Weil wenn wir so runter hängen und man sich diese Metallteile gegen die Knie oder Oberschenkel knöpfelt, das tut Schmalzen, das Ursache. Das nächste ist, wenn wir uns auf dem Schiff bewegen, gewöhnt euch gleich an rückwärts hier runter zu gehen. Und dann hätte ich gern hart am Wind den Kurs, sprich so hoch wie es geht. Dann kommt von mir jetzt, das Kommando heißt Reh. Und rüber die Fock. Dann ist die Fock erst groß, wenn sie übersacht. Okay, so weiter. Ich möchte bitte einen Kreiselsalat auf meinem GPS heute Abend haben. Und jetzt willst du die Halse einleiten und jetzt sagst du dann Rundachtern. Dann fällt auch ein bisschen wenig Wind. Ein bisschen zu dicht für den Kurs. Alles klar. Weißig. Geht hoch, gell? Geht hoch. Ich bin jetzt auch gut. Ich bin jetzt auch gut. Das ist ja noch gut. Ich bin jetzt auf dem Schiff gelandet. Auf dem Schiff sind wir gelandet. Schlecht gebucht, gell? Ich bin jetzt nicht schlecht gebucht. Musik Musik